Heute fand ich diesen Spieler, der eine kleine Windmühle auf meinem Minecraft City Buildsauber besaß und gerade dabei war, sie weiter auszubauen. Dementsprechend wollte ich ihm etwas helfen und ging daher aus dem Nisch. Als er mich bemerkte, platzierte er auch direkt ein Schild und schrieb, dass er mit seiner Windmühle sehr unzufrieden sei und gerne eine größere hätte. Zumal ich seinen Wunsch gerne erfüllen möchte, aber selbst nicht gut bauen kann, kopierte ich diese riesige Windmühle auf sein Grundstück und er war überglücklich. Was er jedoch nicht weiß, ist, dass er diese Windmühle nur für 24 Stunden besitzt und pro Like darf er sie für eine Stunde länger behalten. Da ich ihn auch bei seinen weiteren Projekten unterstützen möchte, troppe ich ihm pro Follow jeweils den Blog, den der Top-Kommentar vorschlägt. Der Server ist Java und Bedrock. Folge von mehr.